Hallo zusammen. Es kann nichts schaden, wenn man mal über den Zaun schaut, zum Nachbarn, zum Beispiel in die Niederlande. Da findet man einen YouTube-Kanal von Dr. Kies. Der YouTube-Kanal ist ein Blick wert. Ich habe den Link unten in der Kommentierung angebracht. Und Dr. Kies stellt einmal Styles aus dem PA1000 vor, aus dem internationalen Bereich. Ich muss zugeben, man hat sich sehr stark auf die Musikantsoftware, auf das Musikantpaket konzentriert und dabei die internationalen Styles ab und zu mal aus den Augen und Ohren verloren. Und Dr. Kies stellt mir in einem Video ganz toll zwei tolle Styles vor. Ich habe mir das mal vorbereitet. Das ist zum einen der Spanish-Remix und zum anderen Dense-Pop-Reload. Also es lohnt sich, in diesen Kanal reinzuschauen und hier die beiden Stücke, die mir am besten gefallen haben, Spanish-Remix und Popcorn. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020